Ja, okay, der nächste Programmvorschau am Stadt, 24.03.2023, mittlerweile noch relativ früh, 20.17 Uhr, hm, der Artikel ist tatsächlich lustig, satirisch und da kann ich gar nichts dafür. Der Autor oder die Autorin, der oder die das verfasst hat, auch wieder wirklich allerhöchstes Kino, da kann man wirklich schmunzeln und da habe ich mich jetzt mit meiner Satire zurückgehalten, beziehungsweise gab es da jetzt auch keinen Satiregrund von mir. Aber natürlich geht jetzt auch wieder ein bisschen länger, gut anderthalb Stunden, habe dann noch von gestern was zusammengefasst und heute tut mir halt leid, ich kann es da, aber das werde ich dann auch in der nächsten Hauptfilm sagen. Splitted das, also ihr seid ja nicht verpflichtet es zu gucken oder ganz zu gucken, ihr könnt da auf die Pause-Taste drücken und macht dann wieder was anderes, wie es jeden beliebt, überhaupt kein Ding, wie ihr da mit umgeht, auch kein Ding und wenn ihr es überhaupt nicht schauen möchtet, auch kein Ding, auch das ist absolut okay. Okay, jedenfalls anderthalb Stunden wieder Wahnsinn pur auf VK, Bitschut, Odyssee oder Rambl zu begutachten und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss, macht's gut.